Wie viele Leute sind hier gerade? Yo! Äh, erstmal weg, erstmal weg, erstmal weg. Wow. Ich, ich bin das. Was soll ich denn mit oben rein? Ist jemand hier? Was ist jemand? Hier ist jemand auf der anderen Seite. Ich bin noch beim Bart. Oh, wenn's die Herren. Oh. Ich bin ziemlich shredded. Soll ich den King kommen oder was? Oh. Ich glaub da ist grad keiner mehr. Ich nehm den Golden Star. Er ist tot schon, aber ich weiß nicht, ob er einen Body hatte. Ich bin hier gleich links. Ja. Ich verzieh mich jetzt gleich, äh, kurz in die... ins Bad hier. Ich mach mich kurz wieder auf den. Oh, das geht. Scuff. Ich guck mir den Idioten mal kurz an. Ruhig. Hier auf Metall ist, umgekehr. Ist ne Tür aufgegangen? Ist ne Runden rein gegangen. Ich hab schon wieder das Bein weggeschossen. Ich hab schon wieder das Bein weggeschossen. Da kommen wir auch zu uns. Jetzt. Oder auch nicht. Äh, doch. Make sure we do a clean sweep. Ich spring über das Bad runter. Hier stand einer an der Ecke. Hier vorne an der Tür steht da. Äh, zu... Zu welchem Eingang? Zu meinem Ding, für hier unten? Nein, hier vorne. Gleich an der Tür. Achso. Oh, goddammit, they're shit, I'm fucking hurt! Hast du ihn? Wo ich? Äh, ok, den draußen hab ich. Ist noch einer. Hab ihn. Bist du das bei mir? Ja, ja. Ich bin das hier drüben. Ok. Ich muss mich wieder verarzten. Ey, kommt bei mir gleich. Ja, ja. Hast du ihn? Ja. Gut. Ich glaub auf meiner Seite war auch was. Mit ihm los. Wahnsinn, ja. Richtig in den Sparkurs gefahren. Sind die alle noch sauber? Meine Seite Treppe ist was. Fahrt sie dich erstmal weiter. Ja, ja. Ist was bei mir? Jo. Kommt. Ist bei mir. Ist bei mir. Ist bei mir. Ich hab den zweiten. Jo. Ich hab den zweiten. Jo. Ja. Scheiß Gaps ey. Ist so gut wie tot. Aber noch nicht tot. Jo. Ja. So. Vor dir. Links dann gleich. Jo. Auch schon wieder ein Spiel. Äh. Spieler. Oh. Da halt heißt er. Nochmal Kopfhörer. Da. Da. Ja. 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 Na. Ja, ich hab ihn. Was ich verlebt? Ja. Ja. hab vier spieler getötet ja da ist er geradezu hinter dem an der ganz ruhig er hat mich fast mit weggesäbelt der dich erschossen und die querschläger die rumgegangen sind ja Das war's. Ich habe gerade einen Spieler. Das war auch nicht. Das war's. 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 War das nicht? Ja, es ist noch. Das war's. 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 Boah, der hat ne heftige PM dabei, ey. Was ist das für Munition? Ach, du Heiliger. Oh, wäre jetzt schlecht. Er steckt direkt vor, Björn. Ja, ja, ich seh's. Aber ich glaube, das war er nicht. Könnte nur ein Hero sein. Das ist doch im zweiten Stopp und so. Aber ich werd nicht vorgehen, nicht, dass ich den Killer wegrotze. Oh, die Führergebung. Ich hab alle. Glaub ich. Ah, der redet aber noch einer. Danke. Hast du den Arsch gerettet, oder was? Ja, 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 ja. Ich geh mal kurz aufs Klo. Ich muss mal kurz Pipi machen. Alter. Blutende Wunde wieder. Guck mal nach, ob du ihn schon hast. Hab ich. Questdings hat schon gepiept. Der zweite, der runter kam, war er. Wenn du kannst, save mich mal eben kurz, bitte. Da, du hast passt. Ich geh mal kurz auf. Ich becheide dir. 악 und wir haben ihn, Junge Das war Lack, ja, da muss man auch mal sagen, äh, schön. Ja, schön, dass er da war, dass er gesagt hat, heute hab ich mal Bock, es einfach zu machen. So.